Die Top-Auswahl an Grillgalgen-Schwenkgrills Während früher lediglich Schwenkgrills in Form von Drei-Bahn-Grills verwendet wurden, gibt es seit einigen Jahren qualitativ hochwertige Grillgalgen, die als Halterung des Grillrosts dienen. Doch wie sieht ein Grillgalgen aus? Eine solche Konstruktion erinnert an einen üblichen Galgen und ist auch dementsprechend konstruiert. Die gängigen Modelle verfügen über eine geschwungene Edelstahlstange. Am oberen Bereich befindet sich in der Regel ein Einlass, der den Rost direkt mit der Halterung verbindet. Je nach Vorlieben können Sie einen runden, rechteckigen oder geschwungenen Grillgalgen wählen und die Metallketten direkt mit ihm verbinden. Ganz gleich, welche Grillgalgenvariante Sie wählen, seine Funktionalität bleibt erhalten. Lassen Sie sich von unseren besten Grillgalgen inspirieren. Zum Beispiel der Gabionengrill im Bausatz. Feuer und Grillstelle in einem. Der Sommer kann kommen mit dem JOM Schwenkgrill. Der Edelstahlgrillgalgen mit 80 cm Edelstahlgrill. Weitere Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter schwenkgrill-abc.de Der Grillgalgen-Ratgeber Grillgalgen sind eine beliebte Alternative zum Dreibeingrill. Immer mehr Grillliebhaber entscheiden sich für einen Grillgalgen, doch die wenigsten kennen sich mit den Halterungen aus. Wir möchten mit diesem Artikel ein wenig Licht ins Dunkel bringen. In diesem Grillgalgen-Ratgeber möchten wir Ihnen die Top-Auswahl an Grillgalgen vorstellen. Außerdem erfahren Sie detailliert, worum es sich bei einem Grillgalgen handelt, worauf Sie beim Kauf achten müssen und welche Vor- und Nachteile er gegenüber einem Dreibeingrill hat. Auch auf die Funktionen, die Montage und die allgemeinen Grilloptionen werden wir im Grillgalgen-Ratgeber ein wenig genauer eingehen. Auf diese Aspekte sollten Sie achten, wenn Sie einen Grillgalgen kaufen möchten. Nicht jedes x-beliebige Modell kann in qualitativer Hinsicht überzeugen. Das Sortiment an Grillgalgen wächst kontinuierlich und so kommt es zu Problemen. Im Groß- und Einzelhandel, aber auch im Internet gibt es Dutzende Hersteller, die mit ihren Produkten werben und eine tolle Qualität versprechen. Doch was können Sie tun, um für Ihren Bedarf den passenden Grillgalgen zu finden? Doch keine Sorge, wir haben diese Problematik selbst einmal gehabt und uns umfassend informiert. Und aus diesem Grund haben wir Ihnen auch den Grillgalgen-Ratgeber erstellt. Mit diesem werden Sie keine Probleme haben, den perfekten Grillgalgen für sich und Ihre Freunde zu bekommen. Erstens, achten Sie darauf, dass der Grillgalgen aus Edelstahl besteht. Der Vorteil von Edelstahl gegenüber anderen Metallen ist offensichtlich. Edelstahl sieht nicht nur deutlich hochwertiger aus, er vermittelt auch einen edlen Eindruck und ist wesentlich haltbarer. So werden Sie deutlich länger etwas von dem Grillgalgen haben. Zweitens, kaufen Sie einen Grillgalgen mit Kurbel und Sie haben stets die volle Kontrolle über Fleisch und Co. Am Anfang können Sie beispielsweise den Grillrost mit dem Grillgalgen etwas tiefer herunterlassen. So können Sie das Fleisch und Gemüse zunächst etwas schärfer anbraten. Sobald das Feuer bzw. die Grillglut voll entfacht ist oder Sie eine kleine Essenspause einlegen möchten, können Sie mit der Kurbel den Rost in der Höhe verstellen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn bei einem nicht verstellbaren Grillgalgen bzw. Grillrost müssen Sie stets beim Grill stehenbleiben oder den Grillgalgen von der Grillglut wegdrehen. Drittens, achten Sie auf die Verarbeitung und den Preis. Beim Kauf eines Grillgalgens spielen die Faktoren wie Verarbeitung und der Preis eine entscheidende Rolle. Anhand der Schweißstellen können Sie sehr schnell erkennen, ob der Grillgalgen die gewünschte Qualität erfüllt oder sich nicht für mehrere Jahre eignet. Hinsichtlich des Preises gibt es große Unterschiede. Günstigere Modelle bestehen oft nicht aus Edelstahl und sind auch nicht verstellbar. Achten Sie also darauf, dass die für Sie wichtigen Produkteigenschaften gegeben sind und Sie den Grillgalgen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wählen. Ein Tipp, in unserer Top-Auswahl von Grillgalgen finden Sie nur qualitativ hochwertige Grillgalgen, mit denen Sie viele wundervolle Grillabende feiern können. Vierens, festmontiert oder in den Boden betoniert. Wenn Sie sich für einen Grillgalgen interessieren, sollen Sie auch auf die Bauvariante achten. Viele Grillgalgen sind fest mit dem Grill verbaut, können aber demontiert werden. Die einbetonierten Galgen dagegen sorgen für weniger Flexibilität, da nur ein fester Platz zum Grillen verwendet werden kann. Fünftens, der Schwenkarm. Je nachdem, welchen Grillrost Sie an den Grillgalgen montieren wollen, müssen Sie berücksichtigen, dass der Schwenkarm nur für einen bestimmten Grillrostdurchmesser konstruiert wurde. Wenn Sie in dieser Hinsicht flexibel sein wollen, empfehlen wir einen Schwenkarm von mindestens 70 cm. So können Grillrosts bis zu einem Durchmesser von 120 cm problemlos montiert werden. Die Vor- und Nachteile eines Grillgalgen gegenüber einem Dreibeingrill. Während ein Dreibeingrill zwar leichter zu transportieren ist, hat er in den meisten Fällen deutlich weniger Stabilität und ist nicht so haltbar wie ein hochwertiger Grillgalgen. Ein Grillgalgen verfügt über eine höhere Stabilität und kann so auch bei einem schrägen Untergrund problemlos zum Grillen verwendet werden. Durch die höhere Stabilität entstehen natürlich beim Grillen einige Vorteile. Planen Sie beispielsweise eine größere Grillparty, so können Sie einen größeren Grillrost nutzen und natürlich mehr Fleisch und Gemüse gleichzeitig auf den Grill packen. Ob einbetoniert oder freistehend, beide Grillgalgenvarianten sind langlebig und können problemlos über mehrere Jahre hinaus genutzt werden. Der Nachteil eines Grillgalgen besteht darin, dass die Stange sich stark erhitzen kann und bei einer längeren Grillsession nur mit einem Handschuh angefasst werden sollte. Hier spielt natürlich die Länge des Grillarms eine erhebliche Rolle. Zusammenfassend haben die Grillgalgen folgende Vor- bzw. Nachteile. Für Grillliebhaber und Hobbygriller eignet sich dank der einfachen Handhabung der Grillgalgen am besten. Die Haltbarkeit ist deutlich länger als bei einem Dreibeingrill. Bei einem Grillgalgen kann ein größeres Grillgut verwendet werden. Die Höhe ist verstellbar. Bei freistehenden Grillgalgen kann zumindest der Standort nach Belieben gewählt werden. Feststehende Grillgalgen sind nicht so flexibel und das Grillen ist platzgebunden. Die Grillgalgen erhitzen sich teilweise sehr stark. Die Montage des Grillgalgen Ist der Grillgalgen dann endlich vor Ort, möchten die Grillfans das gute Stück natürlich sofort aufbauen. Doch die meisten Anwender wissen nicht, wie ein Grillgalgen optimal montiert wird. Zunächst einmal sollten Sie einen Platz auswählen. Handelt es sich nämlich um einen Grillgalgen zum Einbetonieren, so ist die optimale Platzwahl besonders wichtig. Denn bedenken Sie, dass Sie diese nicht mehr ändern können. Alternativ haben Sie aber die Möglichkeit, den Grillgalgen mittels einer Bodenhülse einzubetonieren. Dennoch empfehlen wir Ihnen, dies sorgfältig zu überlegen und den optimalen Grillplatz zu finden. Welche Funktionen hat ein Grillgalgen? Möchten Sie Ihr Grillgut auf die bestmögliche Art und Weise zubereiten, bietet der Grillgalgen zwei elementare Funktionen. Zum einen durch die Metallketten, mit denen der Grillgalgen und das Grillrost miteinander verbunden sind. Auf diese Art haben Sie die Chance, die Temperatur für das Grillgut optimal einzustellen. Ein Tipp, mit ein wenig Übung werden Sie feststellen, bei welcher Höhe das Fleisch oder das Gemüse die optimale Hitze abbekommt. Und eine weitere Funktion des Grillgalgens ist seine Beweglichkeit. So können Sie beispielsweise das Fleisch oder Gemüse kurzzeitig komplett von der Hitze entfernen. Es ist auch möglich, den Grillgalgen ein wenig wegzudrehen. So können Sie beispielsweise rohes Fleisch auf der einen Seite weitergrillen und auf der anderen Seite für weniger Hitze sorgen, um dort eventuell fertiges Gemüse oder die beliebten Würstchen bei einer Essenspause warm zu halten. Welche Grilloptionen hat man bei einem Grillgalgen? Wenn Sie sich für einen Grillgalgen entschieden haben, steht Ihnen die Welt der Rezepte prinzipiell vollkommen offen. Sie können beispielsweise klassisch grillen und einen Grillrost verwenden. Mit dieser Art des Grillens können Sie unter anderem Steaks, Würstchen oder Gemüse zubereiten. Eine weitere Möglichkeit bietet das Kochen mit einem Kessel. Alternativ haben Sie aber auch die Chance, eine Pfanne zu verwenden und darin leckere Malzseiten zu braten. Ganz gleich, was für ein Festmal Sie zubereiten möchten. Ein Grillgalgen ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht Ihnen eine tolle Grillsaison mit Freunden oder der gesamten Familie. Bis zum nächsten Mal.